Nein! Nicht eins! Und wenn jeder einmal zu hohe? Ja, das ist okay. Das ist gut. Aber hintereinander zu hohe? Nein, jeder einen Durchgang zu hohe. Gut, Manu! 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 Guck mal noch! Wolltest du auf Repeat drücken, ja? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Thomas Kappa! 4-2-2! Thomas Zombie! Ja, gut, Langa! Ja, gut, Langa! Gut, Ulle! Gut, Ulle! Danach muss Krista rein! Hast du jetzt einen weniger gewonnen? Ich hab neun! Nee, ich hab elf! Elf? Vier! Elf, neun! Mit einem Nuller! Nee, nee, nee! Zwei hintereinander! Ja, ja, die müssen auch Null haben! Ja! Aber mach die Regeln so, wie du die handelst! Ja, klar! Das ist der Zehner! Nein! Nein! Komm, Leute, das ist heute, Krista! Inzwischen rein! Der war nicht nach Höhe! Es gibt noch einen gehabt! Ist egal, der wusste nicht! Gut! So lange! Gut! So lange, komm! Gut! Komm, ey! 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 Gut, ey! Gut, ey! Das zittert, Schenkel! Das ist jetzt kein Grund! Oh, ey! Oh, direkt! Du warst gut versuchten! Zwei, gut, ganz kurz! Ulle, du musst, glaube ich, in den Dauren abbeißen! Ja! Ja! Aber ich bin auch dabei! Der Jüngste sammelt einen! Ja! 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 Ja!